Hi, hier sind wir! Und heute haben wir eine neue Zusammenstellung toller Videos für dich. Los geht's! Männer bekommen so wenig Zeichen der Aufmerksamkeit, dass es sich bestimmt für den Rest seines Lebens daran erinnert wird. Ist dies eine flexible Fähigkeit? Ich wette 100 Euro darauf, dass seine Frau ihn gerade nicht reingelassen hat. Bebe, bebe! Fahne, fahne! Ist fahne! Fahne, fahne! Fahne, fahne! Fahne, fahne! sah der andere nur zu. Aber glaubt mir, er wird ihm dafür trotzdem dankbar sein. Von den fünf Phasen der Akzeptanz entschied er sich nur für den Zorn. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Schwer zu sagen, wer von ihnen mehr Angst bekommen hat. Eine unangenehme Tatsache. Dein Paket wird jetzt wohl an eine andere Adresse verschickt. Bereite dich darauf vor, genauso viel zu weinen, wie du es bei dem Film über Hachiko getan hast. 3, 2, 1... Man sagt, dass es in der Türkei sehr viele Katzen gibt. Und das ist bei weitem keine Übertreibung. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich weiß, wo er sie gekauft hat. 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 Es aber unter einer Decke zu finden, scheint eine ganz andere Sache zu sein. Ich weiß, wo er sie gekauft hat. Um einen Fisch zu fangen, reicht es nicht aus, wie ein Fisch zu denken. Man muss ein Fisch sein. Nähere dich niemals einer Mülltonne, wenn sie hungrig ist. Ich weiß, wo er sie gekauft hat. War dieses Fahrschullehrers? Ich weiß, wo er sie gekauft hat. Ich würde sie gerne meinen Nachbarn geben, weil sie etwa die gleichen Fahrkünste haben. Die Katze scheint irgendwie herausgefunden zu haben, dass sie ein neues Leben hat. Dieser Bursche hat dagegen nur ein Leben und er möchte es wirklich nicht auf dem kalten Boden verschwenden. Ich bin der Kupf, der Kupf ist. Ich bin der Kupf, der Kupf ist. Bis zum nächsten Mal.